die jahre mit schien hier bin ich auch gleich schulier und der johannier und ich möchte mitnehmen es ist was man vorgemacht es wird so mitnehmen das sind alle sind immer noch diese hässlichen kleine die johle schon in der Hälfte in dieser hässlichen Scholle Scholl jedoch muss ich Junge sie verarschen hier Tonnweiß Stacks wird so keine in die Ammonen ich glaube die Diamanten mögen mich nicht mehr weil ich schon zu viele kaputt gemacht habe oder besser gesagt zu viele verbaut ja, Wasser ist cool nein nein, gegen die Strömung kämpfen Alter, sie haben sich eine scheiße Affäre kommt und ich weiß, dass ich in der letzten Folge noch ein bisschen Zeug dargelassen habe das war aber erst noch berechtigt, das hole ich dann gleich noch Junge ach, hier ist verarsch trotzdem Junge ist da um schon wieder Tin ist ja auch jetzt ein bisschen öh wir jetzt schon wieder auf Tin-Höhe sind dann sind wir zu eh, zu hoch zu tief äh ja, das ist schon wieder Tin, Alter Tin, so tief, äh 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 ich weiß, dass ich in der Schlucht ein bisschen da gelassen hab nur damit wir später mal holen können damit wir später auch nochmal Spaß haben Mann na, weiter, weiter nach oben geh ich jetzt echt nicht hier unten bleib ich so viel steht fest also weiter hoch äh, null Chance so so dann nimm hier hinten nochmal ein bisschen mit immer schön hin und eisen mitnehmen ok, eisen haben wir glaube ich jetzt auch erstmal so recht 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 vieler eisen kann wirklich äh äh nie genug haben weil eisen braucht man immer mal ha 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 wie viel wie viel safira wir auch einfach noch haben das geht einfach nicht das sind zu viele das ist ach normal viel vor allem Tim jetzt auch schon wieder 33 also ein Stack Junge sind schon wieder 16 Ereber drin und das sind 16 Generator und das sind 2 LV-Dinger griff 8 ab s durchberechnet b Wenn die kohle voll ist so kohle voll wüsste was ch Kuhl Kuhl es hätte eigentlich gar kein Höhlenausflug werden aber Schuss drauf gar nicht mit Mönchung einjährig Ferris Ohr kann ich natürlich nicht mitnehmen er war schlacht was schlacht schlacht macht für hier Prozent Prozent um um die Dornen der Fall ist total wichtig ist ich weiß noch ein 50 gut es kann ich noch selbst so klar sind keine Kack Diamanten wirklich alles übermaßen außer Diamanten so typisch klar so dann hier und haben schon wieder übel viel wird so einfach nur sauviel was wir da schon wieder zusammen haben so so ich musste zu sagen falls manche gerne letztendlich wollen äh wann bringt dieser Spruch hier das Zicklitz bitte raus ist schon alles draußen aber natürlich muss ich das erstmal hier auf Privat oder nicht gelistet stellen damit äh weil das Risiko einfach zu hoffen ist so hoch wäre dass die anderen sich das angucken auch wenn sie das ehrlich tun sowas kann man nicht kontrollieren das ist eben das Problem deswegen müssen wir das ganze wir bringen das dann in den Sommerferien raus in Deutschland für die ganzen Deutschen bringen wir so jeden Tag ähm wir bringen dann vorm Tag so um 11 wird eine Folge rauskommen und ja nachmittags wird vielleicht also so gegen Abend so vielleicht sagen wir nach 16 Uhr wird noch eine Folge rauskommen und ja das was eigentlich auch von von den Folgen so wie ich das gesagt habe erstmal nicht von der Folge jetzt ja ich habe ich bringe auch jetzt wieso manche sich fragen wie sich jetzt so viel Ticket rausbringen hat einfach den Grund dass hier so viele vorproduzierte einfach jetzt ist es wahrscheinlich ganz schön langsam fast live da ich jetzt weniger vorproduziert habe und ja deswegen muss ich die ganzen Ticket-Folgen jetzt raushauen deswegen kamen auch jetzt immer so viele auf meinem Ticket ein bisschen langweilig ist ich finde es also persönlich ist ähm äh persönlich würde ich es mir auch gucke ich es mir auch manchmal an äh anrufen eigentlich das so Tutorial ist wenn ich irgendwas lernen will so bei solchen Folgen äh lernt man ja meistens nichts dann bleibt man dumm so jetzt habe ich schon wieder alter ich muss einfach alles mitnehmen wo ich langsam das ungute Gefühl habe das hier gleich mal ein Ding volles Alter wir sind alter Junge zu vieles darf Uhhh scheiße Koppel komm echt so echt wenn wir Koppelmangel haben dann ist bei mir ganz oben offen ah ganz oben ja schade dass wir jetzt leider keinen Diamanten gefunden haben aber hab ich auch schon mal hier hinten ja hier hinten hab ich schon alles abgesucht ok äh leider keinen Diamanten schade ja ich total beschissen verkackt was auch immer die scheiße soll also ich keinen verkackten Diamanten finde in so einer hammergellen Höhle find ich eigentlich schade und deswegen ja schade äh erstmal alter wir müssen echt mal so eine Mischung aus Badpack und Jetpack also in so weit wie ich gehörte in Feed the Beast gibt es das ganze ja schon äh ich hab trotzdem bei mir ist eine ganz große Frage die ich mich öfters frage wieso heißt Feed the Beast Feed the Beast da muss man doch irgendwie ein Biest füttern also ich find das total sinnlos es müsste irgendwie Take it Junior heißen oder Take it Besser weil es ist es ist es ist es ist einfach irgendwie so auch wenn hier das äh Projektabel gerade hochgegangen ist alter Hauptsache das Po Junge das Project Table geht erstmal wieder hoch und alter hier hier äh bitteschön Tim das Makarieren äh ja jetzt bin ich schon wieder völlig vom Thema abkomm ich und ihm ne ich kann nicht vom Thema abkommnen ja hier ist es äh äh ich sag ja ich Cheater Stay ich da jetzt nicht sofort einsammeln wenn ich volles Info hab jetzt sehen alle dass ich kein volles Info hab hier wir machen das weg das weg oh wieso kann ich die Scheiße nicht einsammeln wisst ihr was ich cheat mir jetzt eins weil alle sehen das tut ein Ding ist das und deswegen cheat ich mir jetzt einfach eins obwohl ich weiß es nicht kompliziert zu machen oder so äh aber trotzdem mir geht es einfach darum dass es dort äh weil man sieht ja dass es dort liegt und ich kann es einfach nicht inseln das finde ich jetzt auf einmal ja bitteschön jetzt war es das richtige also jetzt ist alles wieder easy die äh jetzt bloß mal hier das Ding und dann ähm fucking genau ich und ausleuchten höh natürlich sieht das alles jetzt hässlich aus erstmal herrlich herrlich ist es doch herrlich herr Hauptsache Hauptsache ich gucke erst mal wieder so ist noch gar nicht so lange sich gerade um deswegen hier wieder ein bisschen rein und den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr ja wer Tinders Strausch und das hier ein und das 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 ist so so dann produziert er auch schon wieder ordentlich Team bloß das Problem ist wir brauchen kein Tint Tint haben wir jetzt wieder genug eigentlich wir brauchen Copper und Copper haben wir eben nicht genug naja das ist es eben wir haben nicht genug Copper wie dumm es auch klingt wir haben nicht genug Copper und wie dumm ich auch bin ähm he 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 ich bin traurig wisst ihr was ich mach jetzt einen Lappack ja genau ihr habt es alle gehört ich mach jetzt einen Lappack Lappack auch cool die genau hier sind sie die vier Blöcke so viel Blöcke und und wir sollten mal Lapps Probleme also Lapps Problem sind und der gleiche Null ähm ähm was brauchen wir noch für Lappack ich glaub ich weiß aus dem Kopf jep ich hätte es aus dem Kopf gewusst da bin ich wieder stolz auf mich ich bin so stolz auf mich äh so dann erstmal 1 2 3 4 und 1 2 3 4 und boom und dann hier pulver pulverisier mal den Stack nochmal so so let's pulverisiere na also dann pulverisiert das Ding auch und pah boom dumm tsch und ich genau Wollte mit uns gut machen ich weiß es wie durch die Schülle gerade machen aber nein ähm wir können das doch auch hä? ah gut ich hab nichts nichts falsch gemacht also ja doch so und dann so und dann so und dann so so und dann erstmal und so 1 2 3 und dann so und und äh ne ne elektronik circuit jetzt hab ich's natürlich bin ich so schlau und ich hab keinen Dingsbums mehr so jetzt hab ich wieder Dingsbums so dann haben wir das und dann das und dann das und wir sind so schlau und legen unser Lapis weg ich brauch doch nur zwei auch wenn ich's gerade falsch mache ne es war richtig juhu leppeck ein lelelelepeck eck 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 leppeck ähm wir brauchen dann auch langsam mal einen Zaubertisch oh dann sieht man schon wieder wie ich rumgecheatet hab in der Folge oh mein Gott sieht man wie ich rumgecheatet hab scheiß das geht ja mal gar nicht so du bleibst unter Bewachung äh so dann würde ich sagen sehen wir uns in der ersten Folge wieder und dann ist das leppig auch voll und ja bis zur nächsten Folge tschüss